Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth By Sleep. So, wir sind immer noch hier mit Zora und hier haben wir jetzt ein neues Gewicht, wo wir hingehen können. Solange wir noch nicht zu Riku wechseln müssen, können wir das auch tun. So, ich muss noch mal ganz kurz, genau so ging das mit der Draufrollen, genau. Jetzt müssen wir noch kurz in das Spiel reinkommen. Das ganze freie Flussding hier. So, und das war glaube ich... Okay, hatte ich die Tassen schon richtig, nur kann ich das nicht auf die Kisten machen. So, ich muss nur noch ein kleines bisschen reinkommen, weil ich jetzt wieder ein paar Tage nicht gespielt habe und die Steuerung in dem Spiel doch ein bisschen anders ist als bei den anderen Kingdom Hearts. Aber nicht so schlimm, dass ich sie mir nicht merken könnte. Ich könnte theoretisch noch kurz in meinen Traumfingern schauen. Die ein bisschen streicheln, auch wenn ich da kaum Lust drauf habe, aber irgendwer muss es ja machen. Komm her, Kiste! Ah, perfekt. So, äh, schauen wir... Ach, ich könnte direkt wechseln. Ah, interessant. Ähm... Geister? Mal kurz schauen... Die kann ich ja alle nicht machen, da fehlen mir die Materialien. Was war das da oben nochmal? Genau, das waren nur die Sachen, die ich habe. Oh, ich kann mir eine Katze machen! Oh, toll! Was nehmen wir als Katalyse? Äh... Eigentlich würde ich gar nichts hergeben. Ach komm, die Potion. Da kann der Potion haben. Davon habe ich genug, die setze ich nie ein. Ich glaube, dann kriegen wir theoretisch auch, äh... Doppelt so schnell meine Sachen. Zortellöwe. Oh Gott! Äh... Äh... Du bist... Warte, wir passen uns an den Namen, den er hat, an und nennen ihn... Oh, wie geht das aus? Sotti... Äh... Lott... Ja! Perfekt! Zumindest ein bisschen was anderes. Sieht aus, als würden du und Zotti Lotti euch auch nicht gut verstehen. Jaja, Zotti Lotti, ich und meine Wundermieze. Das ist zu bescheuert. Wie ging das jetzt nochmal? Ach, doch so. Anstupsen, bis sie umfallen wird. Ich würde es eigentlich gerne machen, aber das dauert erstens so ewig lange, bis man da wirklich was rauskriegt. Aus dem Ganzen. Und das lohnt sich auch kaum. So kann ich jetzt dann den Geist wechseln? Wann mal. Wenn du kurz meinen Zotti Lotti auch ein bisschen aufmerksam können schenken. Wechseln... Das ist... Funktioniert wahnsinnig gut. Vielleicht muss ich erst meine Gruppe ändern. Ach, boah, die Musik nervt mich jetzt schon jedes Mal. Oh, ich habe sogar drei. Ach so, ja. Klar, gut. Ah, und die kann ich jetzt alle streichen, oder was? Hallo? Gib mir wenigstens was. Ah. Jetzt kitzle ich den schon und das bringt mir nicht mal was. Da, zwei Nähpunkte. Danke. So. Einmal müssen wir die Musik noch ertragen. Ich muss nur schauen, wie viele Punkte wir haben. Äh, wir haben 28 Punkte und brauchen 30 für den nächsten... Äh, für das nächste Upgrade. Oder wann mal kurz. Weil das... Oh, ja. Die Musik jetzt schon. Ach, das ist von Geist zu Geist unterschiedlich. Ach so. Ja dann. Das ist ja noch besser, wenn wir jetzt drei haben. So. Jetzt haben wir hier dreifach Fähigkeiten. Äh, kannst du mal da reinbringen? Danke. Okay. Abknallen die alles. Elektro-Sturz! Huh! Okay, funktioniert. Was hat das für ein schöner drinnen? Wie haben wir das von The Reverse Town noch nie gesehen? So schöner als der Rest. Äh, wie ging das? Äh. Äh. Ach so, Wechsel. Ne. Äh. Miauhauer. Wie gesagt. Muss da ein bisschen reinkommen, weil... Die Steuerung ist immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig, würde ich jetzt mal sagen. Und... Vielleicht ein paar Teile nicht gespielt habe. Muss ich da erst reinkommen. So. Come on air! Mein Wurfgeschoss. Oh, leben, leben, leben. Nein! Oh, Gott sei Dank, der Wurf ist weg. Eine kleine noch. Ja, ja, ja. Habe ich jetzt... Ich habe jetzt Flat weggeworfen, oder? Weggeworfen. Ach so, man kann immer nur zwei im Team haben, oder was? Immer nur zwei im Team haben. Ich dachte, man könnte drei haben, wenn man schon so auswachsen kann. Aber deswegen gibt's wahrscheinlich nur den... Wechsel! Oh, ihr wisst! Oh, je! Wir machen einen Sturz... Sturzflug! Nein! Da ist noch eine Kiste! Komm! Kiste! Wir können noch was erreichen in unserem Leben! Verdammt! Nein! Wo wäre es weitergegangen? Hier wäre es weitergegangen! Verdammt doch mal! Ah! Okay! Und dieses Sturzsystem muss man sich auch erst gewöhnen. Okay. Gut. Ah, jedes Mal eine Statistik auch noch. So! Boni mit Sturzpunkten verdienen! Wechselbonus! Wenn du stürzt, kannst du Sturzpunkte ausgeben, um den nächsten Charakter Boni mit auf den Weg zu geben. Sammle diese Sturzpunkte, befreie das Linkportal, sammle diesen Glücksbringer. SP können auf die drei oben im Bild angezeigten Weißen verdient werden. Befreie das Linkportal. Okay. Achso, das sind die, die wir schon gemacht haben, oder? So! Angriffsvorteil. Ja klar, komm! Nehmen wir... Sparen wir die, wenn wir sie behalten, oder... Also, bringt das was, wenn ich die behalte? Ich probier's mal. Ich hab jetzt noch 49 Taler. Mal schauen, ob ich die irgendwie... ...für mich behalten kann. In diesem ganzen Wirrwarr, das sich Spiel nennt. Oh... Was hat passiert? Hab ich schlafen? Wo sind Joshua und Beat? Hey, mindest du? Oh... Eine Juckenfrau in Nöchten? Äh... Warte mal... Hab ich jetzt hier... Hab ich jetzt hier die gleichen... Ja, ich hab die... Ouuu... Das gefällt mir... So... Wenn ihr denkt, dass ihr jetzt von mir gesteichelt werdet, dann könnt ihr ja lange warten. Warten wir mal kurz... Schauen wir mal kurz... Irgendeiner von den Geister war gerade auf Stufe 2... Das ist... Ich hab den gerne reingenommen... Aber ich hab keine Ahnung, wer das jetzt war von denen. Ach ja, stimmt... Wie kommen wir da im anderen Gebiet, äh... Startet, wo wir mit Zora das erste Mal... Reingefallen sind. Äh... Leine diese Gäste für eine Weile aus. Nach einer gewissen Zeitung gehen sie wieder zurück. Cool... Machen wir... Machen wir... Ja... Dann können wir... Erstmal was... Ausprobieren... Mhm... Sturzpunkte... So, hier gibt es ja grundsätzlich nichts zu sehen, richtig hier, wo die Kisten werden, hier genau, wie sind die, ja genau, in dem Moment sind sie wieder weg. Genau damit ist sie feucht, dass sie die, au, hey, 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 ganz ruhig, Freundchen. Kann mir einer von euch Leben geben ein bisschen? War's das? Okay, boah, ich brauche hier unbedingt einen Vita-Zauber. Haben wir ein gemeinsames Kommando-Wegling im Spiel? So, wehe Geister. Äh, ich glaube nämlich nicht. Oh, doch, 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 doch. Oh, ja. Komm, ich kann eigentlich den hier, so, packen und, ja, okay, danke. Das ist ein kompliziertes Spiel. Traumfragmente, oh Gott, ah, was man hier alles sammelt, kommt mir ja gar nicht mehr klar. Ich höre mir das absichtlich nicht alles an, weil es sind normal nur Items, die ich sowieso bemerke, wenn ich sie aufsammel und dann, ach, sind sie mir egal. Ah, ich komme nicht drüber. So, ich bin aber hoch, weil da ist bestimmt, genau, nochmal was. Versteckt. Oh, heil. Oh, Gott sei Dank habe ich jetzt einen heilen. Boah, das ist so wichtig. Äh, noch einer? Ja, genau. Gehen wir mal raus. Schalte die Traumfänger aus. Ach, da sind aber so süße Katzen. Mit einem von unseren, von Flat, oder so, mal einen Link aufbauen. Schau mal was. Fladi. Fladi. Ich hätte gerne mal... Hattel? Ja. Wunderwitz hat was. Ich werde mal schauen, was... Hier hier mit Wunder mitzumachen können. Au, 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 au. Hey, hey, au, hey. Der Mobbing hier. Der Mobbing-Bock-Turm. Oh, geiler Bock. Ja. Komm her. Wow. Wir sind ja nicht mal ein bisschen Glück gehabt. Oh, Zotti-Lotti. Ah. Nüppel. Hoch. Ah, das Zotti-Lotti. Ich muss kurz nachdenken, was Zotti-Lotti war. Ach so, der kriegt aber auch ein Level, wenn er nur in der Gruppe ist und nicht mitkämpft. Ah, okay. Gut zu wissen. Dann passt das ja. Neu Sturzboni freigeschaltet. Das sind die, die wir jetzt gerade vorhin gekauft haben, oder? Das heißt, da schalten wir auch was Neues frei. Interessant. Seriously, danke. Ich bin Shiki. Wie geht es dir? Riku. Danke, Riku. Klar. Hey, das ist es? Du schaltest eine Mädchen und dann sagst einfach, klar, und weg. Ich bin schlecht. Sorry. Schau, es ist nicht sicher hier. Du solltest nach Hause. Wenn es gefährlich ist, wie kannst du mich hier nicht verlassen? Du bist meine Nacht und Schöne Armour. Also? Nacht? Du hast die falsche Idee. Oh mein Gott, ich war so einfach so. Du gehst nicht mehr. Du mich an diesen Mannen, ich weiß. Also, gut, dass wir uns getroffen sind. Ja, gut. Oh mein Gott, I was so just kidding.